Ich war zum allerersten Mal auf einer jesidischen Hochzeit. Das ist erst die zweite Hochzeit, auf der ich jemals in meinem Leben war. Und ich bin so happy, dass es einfach eine kurdische Hochzeit ist, weil ich finde das immer so interessant, über andere Kulturen zum Beispiel was zu lernen. Ich habe mich wirklich schon monatelang jetzt darauf gefreut, weil ich einfach so krass gespannt war auf die Musik, auf das Essen, auf die Bräuche, auf die Tänze. Leute, ich habe sogar zwei kurdische Tänze gelernt und das hat so viel Spaß gemacht. Da waren so viele Leute. Ihr könnt es gerade sehen, es waren circa 600 und ich war schockiert. Ich habe mir nur gedacht, damn, woher die ganzen Leute? Ich habe mich auf jeden Fall prächtig amüsiert und am Ende sogar den Brautstaus gefangen.